Wie gesagt, ich will hier wirklich gerne jetzt mit fertig werden. Und wir sind ja auch schon echt weit gekommen, hoppla, aber da bleibt halt noch viel übrig. So. Die Stamina ist am Ende und der Spitzheuge geht jetzt auch langsam zu Ende. Aber jetzt ist es natürlich schwierig. Ich könnte halt auch den Bohrer reparieren und hier noch mal einiges. Ich glaube, das mache ich sogar. Weil es ist halt doch noch relativ viel hier zu schlagen. Reparaturkits haben wir ja da. Und wenn wir noch mal das Benzin und den Bohrer So, und dann bauen wir halt eben noch mal ein bisschen. Auch jetzt mitten in der Nacht. Das ist zumindest schon mal morgens. Ne, weil hier sehen wir ja da ist noch so viel Decke weg. ein bisschen abpassen, dass ich hier nicht zu viel Weckchenlage, aber das Ganze wird ja dann, die Decke wird ja auch noch mal ausgetauscht gegen gegen Stein. Das heißt, die muss ja sowieso eigentlich dann noch mal weg. Da können wir ja eigentlich richtig durchrattern, gerade hier. Hier kann man richtig ran gehen. Wenn wir jetzt einfach mal noch mal eine Bohrer-Stabilität quasi durchröbeln und dann ich würde sagen, immer so viel über sein, was noch zu hart ist. Ach, ganz schön, mach das Ding. Ah, genau. So, in der Zeit ist es Tag geworden draußen. So. Boerer ist schon wieder zu hilflich durch. Der macht jetzt die Zorn immer lang. Zank haben wir noch. Wahrscheinlich stehen uns gleich tausend Schreierinnen vor der Tür. Okay. So. 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 See you? Ich weiß auch nur bedingt, was ich hier bohre, gebe ich ehrlich zu. Keine Ahnung, ob das hier alles in die richtige Richtung ist, aber... Ist egal, der Bohrer ist eh gleich durch. Der Bohrer ist durch. Platz. Bringen wir ihn wieder weg. War aber ganz witzig. Muss man mal sagen. Das ist richtig. Ja, 200 bleiben übrig. So, gut. Zack. So, das sieht jetzt hübsch hässlich aus. Ist extra immer so ein bisschen oben rum gebohrt. Damit ich hier... Das einfach oben auseinander schlagen kann und dass das unten drunter dann halt einfach mir vor die Füße fällt. Das ist so der Plan. Das bauen wir eh nicht. Level 82. Das geht echt ab wie Schmidskatz hier. Und irgendwo scheint hier Licht rein. Bergbauwerkzeuge Level 79. Wir können jetzt fast den... Nächsten Miner... Skillen. Und dann haben wir ja wirklich bald keine Probleme mehr hier beim Hacken. Auch nicht Stamina-Technik. Auch nicht Stamina-Technik. Dann haben wir Miner 69. Also mit dem Bergbaumeister, wie auch immer, löst sich ja genau dieses Problem. Das ist interessant. Irgendwann... Muss mir der ganze Quatsch vor die Füße fallen. Der da jetzt hier so in der Luft rumschwebt. Ja, du bist fix und fertig. Das seh ich auch. Das tut mir ja leid, aber... Mein Gott, was soll ich sagen? Es muss gemacht werden, ne? Kann man uns doch jetzt auch nicht aussuchen. Ich hab das auch nicht gewollt. Oh, hier hab ich irgendwie gar nichts mitgenommen im Bohrer. Das sah alles so zerklüftet aus. Dachte ich, das wäre wenigstens angeknackst. Aber... Offensichtlich... Nicht. So... 75% Futter. Da können wir noch ein bisschen warten. Oh, aber zu trinken haben wir nichts mehr. Dann trinken wir mal was. Dann geht auch die Stamina wieder ein bisschen hoch. So... Wie wir abgehen. Guck mal, wie wir abgehen. Da kommen wir hoch. Dann kommen wir hier noch ein bisschen in die Ritze rein. Na, wie wir ja auch ab und zu mal in die Ritze rein, ne? Guck mal vielleicht von der anderen Seite aus dran. Nicht nur vielleicht, aber auch ziemlich sicher. So... Hält immer noch einigermaßen, aber irgendwas nicht. Das ist gerade schon gegrümelt. Ja, da hinten fällt es auseinander. Je mehr ich hier wechseln, desto mehr fällt da hinten ab. Genau so war es gedacht. So... Mhm... Hier auf die Seite gehen. Da oben ist wieder ein Zombie-Dum. So... Jetzt müsste dieser ganze Block hier runter kommen. Jawoll. Tadak. Kriegen wir jetzt natürlich auch überall so ein bisschen Sand mit raus. Da war auch nix. Kann man auch mal brauchen. Wenn ja dann auch mit Sicherheit irgendwann noch... Bettung angehen. Was hab ich denn da jetzt eingesammelt? Ach, Destroyed Stone. Ich will kurz einen Break machen. Gucken, warum die da oben doof sind. Ein bisschen aufpassen, dass sie hier nicht in meine Bude doof werden. Sondern, dass die immer schön draußen doof sind. Und... Ach da... Jetzt läuft der einfach weg. Wer hat denn dir das weglaufen erlaubt, du Depp? Da... Noch irgendwo einer... Sieht mir erstmal... Sieht so aus. Gut. Ein schöner kurzer Break, um auch wieder fit zu werden. So, jetzt haben wir hier doch langsam mal eine Halle. Ah, die Spitzhacke. Ist jetzt mittlerweile so im Eimer, dass die von sich aus schon drei Schläge braucht. Das mögen wir natürlich gar nicht. Also... Weg damit! So. 331 pro Schlag. Ist schön. Das macht doch Laune. Jetzt machen wir auch gleich noch den... Bergbaumeister. Dann wird's nochmal ein bisschen besser. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier den Boden schon mal glatt. Mh... Mh... Machen wir mal hier dieses hier wölbe noch weg. Dass jetzt hier noch rum hängt. Dann müssen wir mal gucken... bei unserer... Krumm-Bohrerei. Das sieht jetzt hier alles ziemlich wellig und krumm und unordentlich aus. aber das kriegen wir dann jetzt auch gerade stamina stamina ist wieder im arsch so kann ich nicht arbeit den und darüber natürlich zack und zack und zack und zack und zack und ja ein bisschen bauen zur erholung er hat ja viel erholung gebracht ja so ganz langsam steige ich auf die stehen ja ganz schön schippt übereinander und so schön oder was trinken nicht trockener aus so das sind diese aufnahmen die man im hochsommer macht wenn es fürchterlich warm ist da hatten wir zwar schon die fenster aufgerissen aber was willst du machen oktober ist halt hochsommer ja das ist schon krass das ist schon krass dieses jahr einfach so krass so krass und dann komm 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 Untertitelung des ZDF, 2020